So, wir sehen jetzt zuerst die Ying und dann direkt danach die Yang. Ying und Yang, ne? Genau, Ying und Yang. Nicht, dass ihr euch erschreckt, da geht es zwischendurch wie so ein Crackling oder so. Das meinte ich. Geil, ne? Das ist super cool! So, jetzt kommt der andere. Papa, das ist richtig cool! Das geht doch noch weiter oder was? Was ist jetzt los? Das hier wäre fertig. Geht das noch weiter oder was? Das war's. Das war's, oder? Der kam aber zu spät, oder? Nein. Hier der Anzünder. Warte mal. Abziehen und hier Anzünden. Ja? Ja. Gut, machen wir weiter. Ach ey, ach ey, ach ey, ach ey ey. Machen wir noch, dass das Auto durch ist, und dann machen wir weiter. Ich bleib immer schön bei dir, ok? Ok. Ob du nach vorne gehst, bleib ich noch mal bei dir. Ich bleib bei Caro. Ja, wir mussten so lange warten. Und wenn du nach vorne gehst, bleib ich immer noch bei dir. So, dann wollen wir mal. Bist du nicht zu dicht dran? Geht wieder weiter? Geht wieder weiter? Alles klar, ich fand die erste auf jeden Fall schöner.